Alpentour TV, wir übertragen live. Von Donnerstag, 21. Juni bis Sonntag, 24. Juni, berichtet Alpentour TV live aus Nauders am Räschenpass. Die Radtage im Tiroler Oberland, mehr als nur ein Event. Donnerstag, 21. Juni, live aus dem Almhof in Nauders, der Alpentour TV Radtalk mit etlichen Radstars. Freitag, 22. Juni, das Race Across the Alps, das wohl härteste ein Tagesrennen der Welt. Und wir berichten mit einer Sondersendung vom Start. Am Abend dann live das Night Race mitten durch Nauders. Spektakulär dieses Kriterium mit Fahrern aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Dazu immer wieder Live-Informationen vom Race Across the Alps. Dann am Samstag, 23. Juni, live die Ankunft der Race Across the Alps Helden mitten in Nauders. Und dann noch der Abschluss am Sonntag, 24. Juni. Wir begleiten live die Teilnehmer beim Jubiläums-Dreiländer-Radschirung. Das alles zu sehen auf alpentour.tv und www.nauders.com. Wir sehen uns. Flurialarm. Wir drucken deine Welt.